Was hast du? Du hast hier nix. Ja Katze. Jetzt rede ich mich um wenn meine Katze rummault und ich läuft gegen die Tür. Ist auch wunderbar. Und dann muss ich auf jeden Fall diesen komischen Vulkan da drüben noch mal halb abbauen damit ich genug Basalt-Cubblestone habe für das weitere Haus und da drüben ist ein Skelett. Und hier muss ich hoch. Katze nervt nicht. Katze nervt nicht. Ist da jetzt noch irgendwo was? Sieht eigentlich nicht so aus. Doch hier ist noch einer. Und dann ist meine Smaragdachs auch schon fast kaputt. So aber jetzt scheint hier drüben vielleicht noch was weiß ich nicht. Tintenfische. Ähm ja bauen wir uns halt noch mal hoch. Und gucken ob hier noch mal irgendwo Holz versteckt ist. Ja. War ja klar so viele Blätter wie hier rumstehen. War es das jetzt alles oder ist da noch mal irgendwo was? Ja das scheint es jetzt aber gewesen zu sein oder? Oder oder da hinten noch? Ne. Da drüben noch was? Ne. Da drüben scheint noch mal eine ganze Menge zu sein. Vielleicht ist da nochmal ein Holz drin. Hier oben von der Gegend. Jawoll. So und jetzt ist da unten noch eins. Gut. War es das jetzt? Ich frag mich warum ich hier nicht einfach mit dem Feuerzeug beigegangen bin. Hält mir jetzt ein. Denn hier ist nirgendwo in der Nähe was, was hätte äh unabsichtlich verbrennen können. Das sollte jetzt aber alles gewesen sein. Das müsste jetzt nach und nach wegfallen und fertig. Lassen wir es einfach mal so. Habe ich keine Spitzhacke dabei? Äh doch. So das hier weg. Das weg. So. Da weg. Dann hier. Gut, 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 gut. Ja doch. Das verschwindet nach und nach. Das Skelett da drüben scheint auch verschwunden zu sein. Aber die Tintenfische nerven gerade ein bisschen. Dann kann ich mich jetzt aber an den Mechanismus wagen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das... Äh scheiße. Jetzt guck ich doch nochmal wie genau der es abbaut. Ob der von links nach rechts oder von rechts nach links geht. Also. Da. da. Von hier nach da. Gut. Den wieder ausschalten. Und jetzt hier hoch. Ich muss es hier nämlich wenn ich da 5 Combustion Engines an dem Gerät drin hab an der Erntemaschine dann muss ich hier 2 komplette Reihen Cubberstone setzen ich hab das ganze schon ausprobiert und ich hab nicht genug Cubberstone Katze hör auf zu nerven und hau ab denn wenn das Redstone Signal ausgeschaltet ist hat der Fehler ja noch ein bisschen Energie und arbeitet noch ein bisschen weiter das heißt ich muss den rechtzeitig ausschalten damit der auch aufhört zu arbeiten bevor der Cubberstone komplett abgebaut ist, damit ich den halt nicht resetten muss der ist fast voll, das ist schön ich hab hier doch grad noch ein bisschen Scheiß drauf, haben wir da nochmal ein ganzes Deck rein das ist Holzkohle machen wir da mal einen neuen rein und ich wollte was essen da hab ich nichts zu essen drin da hab ich bisschen was und ich müsste mal so ein bisschen mein Inventar und Transport brauche ich später aber nicht jetzt Iron Dust kommt da erstmal rein, genau wie das ist Indigo Farbe brauche ich grad auch nicht was hab ich sonst noch dabei Stones brauche ich grad auch nicht wo kann ich die da hab ich welche drin hmmm redstone tue ich erstmal hab ich da was drin ne bin ich schon wieder out of redstone ist es glowstone ja ah leiter ja Feuerzeug na lass ich erstmal so Kabelstones brauche ich genau deswegen bin ich zurück gekommen so dann futtern wir mal ein schönes Steak futtern wir mal noch ein schönes Steak und laufen wieder zurück und gleich wird's garantiert Nacht gut ja wenn man sowas zum ersten Mal wirklich äh ja ernsthaft baut nicht nur irgendwie in Testwelten oder so dann zieht sich das ganze in Länge ich denke mal falls ich sowas in der späteren Let's Play Minecraft Shuffle nochmal bauen sollte würde es auch ein ganzes bisschen zügiger gehen aber naja ja Hakuna Matata genau Hakuna Matata das heißt die Sorgen bleiben die immer fern es wird auch glaube ich gerade dunkel dann gucke ich mal ob ich noch zu Hause Landmarks hab Oder ob ich komplett neue machen muss. Ah, rein da, rein da, so, zu. Und ja, ich wollte eigentlich auch was mit den Bienen machen, die vernachlässige ich gerade komplett, aber ich will jetzt wirklich diese Baumfarm vorantreiben. Landmarks brauche ich. Da? Nein, da ist nur noch mal eine Spitzhacke. Da sind auch keine drin, dann werden hier auch keine sein. Mach ich gleich mal vier Stück. Dann brauche ich Holz, Sticks. Ach nee, erstmal Redstone. So. Vier. Vier. Und vier Landmarks. Jetzt muss ich noch mal irgendwie, ich hatte doch eine Steam Engine. Hier ist übrigens mein leeres Bedpack. Scheiß erst mal. Was suche ich denn jetzt? Meine Steam Engine. Scheint aber auch weg zu sein. Doof. Meine Steam Engine ist gerade nicht so teuer. So. Zwei Holzzahnräder. Zwei Steinzahnräder. Dann brauche ich noch einen Piston. Dazu brauche ich noch mal Redstone. Redstone. Hmm. Redstone. Eisen. Das ist denn das gerade für ein komisches Lied. Machen wir mal weiter. Na gut. Lassen wir das mal laufen. Obwohl das eigentlich auch nicht wirklich besser ist. Nein. Ich brauche keinen Covalence Dust. Ich brauche... Zack, zack, zack. Piston. Dann brauche ich einen Glasblock. Ähm. Da. Da. Leute. Habe ich hier einen Sturm mit Glas? Hier sehe ich gerade definitiv keins. Hier sehe ich gerade auch keins. Und hier auch nicht.